Sie sind examinierte Kinderkrankenschwester, Sozialpsychologin und Soziologin. Sie arbeiten als systemische Familientherapeutin und Coach in eigener Praxis in Hannover und sind auch als Organisationsberaterin in betrieblichem Gesundheitsmanagement tätig. Sie sind auch Beraterin in betrieblichem Tätig. Sie engagieren sich zur gesunden Führung und organisationale Resilienz auf Basis einer umfassenden Corporate Social Responsibility. Ist das richtig so? Ja, so ist das richtig. Frau Warmut, Sie sind auch Lerncoach, Lerncoach-Trainerin und Lehrtrainer, Lehrerin, aber auch Journalistin. Sie sind Expertin für hirngerechtes Lernen mit Leidenschaft und Struktur. Sie sind Inhaberin der Lerninsel in Berlin und bieten dort individuelles Lerncoaching für alle Altersstufen sowie zertifizierte Ausbildung zum Lerncoach und Lehrerfortbildungen an. Insbesondere begleiten Sie Schulen auf Ihrem Weg zu einem neuen Lernen und bilden Lehrerteams zu Lerncoaches aus. Auf dem Blog von Klett-Kotter steht, die Ferien sind vorbei. Da denken viele an den Stress, der jetzt wieder auf sie zukommt. Neue Stundenpläne, neue Lehrer, neuer Stoff. Die ersten Termine für Klassenarbeiten hängen schon aus. Die Vorbereitung für Referate steht an. Der permanente Druck der Hausaufgaben. Da kommt jetzt der Band von Ihnen, Frau Balke-Holzberger und von Frau Warmut, Shake It, genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Untertitel Zittern für den Lernerfolg gibt exakt an, was Sie beide jeweils zu diesem Band beigetragen haben. Frau Balke-Holzberger, unsere treuen Blogleser haben sicher schon das Interview mit Ihnen zu Ihrem Buch Gesunder Rücken durch Zittern gesehen. Trotzdem möchte ich Sie fragen, Sie sind die Gründerin der Faszien-Stress-Release-Arbeit. Welche Bedeutung hat diese Aktivität für die Pädagogik? Was hat denn der Lernerfolg mit dem Zittern zu tun? Ja, das sind ja zwei Fragen. Und das Erste ist erstmal, dass Zittern wirklich jeder kennt in der Pädagogik. Wenn wir die beiden Rollen klassifizieren, unabhängig des Alters, ob jung oder alt, Lehrende oder Lehrer oder Schüler oder Schülerinnen. Zittern, das kennen wir alle. Und wenn wir uns zurückerinnern, wir zittern vor Kälte, wir zittern, wenn wir angespannt sind, wenn wir Angst haben, da ist es unangenehm, da ist es peinlich, da schämen wir uns. Ja, wenn der Körper etwas Eigenes tut. Wir zittern aber auch in ganz schönen Momenten. So, gut, es ist heute noch Herbst, aber bald kommt Weihnachten. Wenn wir Kinder sind, so eine Vorfreude bei schönen Momenten. Das heißt, der Körper kennt dieses Zittern. Und wir bewerten es in schönen Situationen als nützlich, angenehm und wohltuend. Und wenn es uns unangenehm ist und wir uns schämen, dann mögen wir es nicht. So, aber es ist immer das Gleiche. Und lernen kann, und das haben wir alle, je nachdem, welchem Alter wir sind, haben wir eine Lerngeschichte. Und da kann Lernen manchmal Stress auslösen, stressneutral. Es kann nützlich sein oder weniger nützlich sein. Also einen positiven oder unangenehmen Stress zu haben. Und da kommt das Zittern in der Pädagogik. Sie hat nach Pädagogik gefragt, einfach aus meiner Sicht wunderbar hinein, weil Zittern ist eine genetisch angelegte Selbstregulationkompetenz. Das heißt, wir müssen es nicht lernen. Keiner, egal welche Rolle wir haben. Jeder Körper kann das. Und Zittern ist einfach eine wunderschöne Lernerfahrung, wenn ich sie aktiv, selbstbestimmt auslösen, integrieren, steuern kann, die Dosis so für mich justieren kann, dass ich sagen kann, jetzt ist es gut. Und das finde ich persönlich in der Pädagogik eine schöne Erfahrung. Ich muss es nicht lernen. Es muss mir keiner beibringen. Ich kann es. Es ist da. Es ist immer richtig. Da gibt es kein Falsch beim Zittern. Eine wunderschöne Erfahrung. Es ist immer richtig. Und ich kann sofort spüren, wenn es nützlich ist. Das heißt, mein Körper reagiert sofort drauf. Innerhalb von nur ein, zwei Minuten schütteln und sie merken eine Veränderung. Und das ist das eine, wo ich das Zittern in der Pädagogik verorten würde zum Thema Erfolg. Um was geht es, wenn ich durch Stress blockiert bin und mich ängstlich in irgendeinem Thema verfangen habe, dann bin ich nicht mehr in Beziehung. Nicht mehr mit dem Lehrer, nicht mehr mit dem Stoff, nicht mehr mit der Information. Und Zittern öffnet wieder den Körper, weil der Körper ist ja die Hülle. Ohne Körper hätte ich kein Gehirn. Ich kann nicht hören, sehen, das Ganze verarbeiten. Und Zittern bringt die Verbindung wieder zwischen dem Mind, also nicht dem Spirit und dem Ghost, sondern dem englischen Mind, dem Geist. Geist und dem Körper bringt die Verbindung zusammen. Und ja, da sehe ich das verortet als eine schöne Lernerfahrung. Welche Körperteile werden da beim Zittern genau angesprochen? Alle, alle. Durch das Zittern oder Zittern entsteht ja durch die Entladung von Stressenergie, um es kurz auszudrücken, im Fasziengewebe. Wir haben circa 20 Kilo Faszien in dem gesamten Körper. Und je nachdem, wo ich gerade bin und wie sicher und wohlig ich mich fühle, kann der ganze Körper zittern. Also das Fasziengewebe hält den ganzen Körper im Prinzip zusammen? Ja. Das ist wie so ein Spinnnetz, was drüber liegt. Oder das ist ein großes, fasriges Netz, was unsere Muskeln, Knochen und Sehnen zusammenhalten. Und dass wir gerade und aufrecht stehen. Und wenn wir das durchschneiden würden, würden wieder die ganzen Knochen zusammenfallen. Und da steckt die Stressenergie drin und die löst sich und die kann sich den ganzen Körper lesen. Also auf Ihre Frage der ganze Körper zittert. Okay. Frau Warmut, Sie haben sich mit Ihrer Lerninsel in Berlin sehr intensiven Lernblockaden aller Art auseinandergesetzt. Und Sie beschreiben in diesem Buch Zehn Lerninseln. Welche Rolle spielt dabei das Zittern? Auf unserer Lernreise sozusagen zu den Zehn Lerninseln steuern wir ja verschiedene Bereiche an. Und wenn ich sozusagen, was Frau Balke-Holzberger eben schon sagte, zu viel Stressenergie gespeichert habe, dann ist es sinnvoll, dass ich die erstmal entlade und abbaue, damit ich überhaupt in meinem vollen Potenzial bin, um richtig lernen zu können. Und ich sage immer ganz gerne nur, ein entspanntes Gehirn ist auch ein lernfähiges oder aufnahmefähiges Gehirn. Und wenn ich blockiert bin durch irgendwelche Glaubenssätze oder weil ich keine richtigen Ziele habe, nicht motiviert bin, weil ich nicht an sozusagen meine innenliegenden Ressourcen herankomme, dann wird Lernen schwer. Klar kann ich auch lernen unter Druck und unter Stress. Aber die Frage ist, wie lerne ich dann so Transferwissen, weiterdenkendes Wissen, kreatives Denken ist unter Stress eigentlich fast nicht möglich. Sozusagen blockiert, nicht? Ja, man ist blockiert. Und letztendlich ist sozusagen diese Möglichkeit, durch das Zittern Stressenergie abzubauen, eine wirklich schnell erlernbare, schnell umsetzbar und jederzeit anwendbare Möglichkeit, sozusagen schnell Stress abzubauen, um dann wieder in seine volle Handlungskompetenz zu kommen. Und auf den zehn Lerninseln lernen wir dann oder kann man sich sein Köfferchen packen, was ich an Strategien und Techniken eben noch für mich individuell benötigen kann, um sozusagen da einen Schritt vorwärts zu machen in meinem Lernprozess. Frau Barke Holzberger, im normalen Schulalltag klagen alle Beteiligten über Stress. Ab wann wird er zum Alarmzeichen? Dieser Stress ist manchmal auch notwendig, weil die Kinder dann wirklich erst Vokabeln lernen, wenn übermorgen der Vokabeltest ansteht. Manchmal braucht man Stress, aber wann wird er zum Alarmzeichen? Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Stress ist total nützlich, so kurzfristig Punktlandung, sich zu fokussieren, die Energie zu nutzen und dann eine gute Leistung abzurufen. Dann ist er sehr, sehr nützlich. Und manchmal haben wir das vielleicht alle beim Vokabeltest mehr oder weniger gut erlebt. Aber wir haben ja nicht nur die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen beim Lernen, sondern wir haben ja auch junge Erwachsene und Erwachsene, die lernen. Und Ihre Frage ist, wann wird Stress vielleicht auch körperlich eher belastend oder auch gefährlich? Und da reden wir eher von Zyklen, nicht zwei Tage vor dem Vokabeltest, sondern eher von Wochen und Monaten. Wenn der Körper durch die Situation, durch permanente Angst, also auslösende Stressoren, die uns permanent begleiten, in einen Zustand bringen, wo wir nicht mehr regulieren können, wo wir abends schlafen gehen mit einer Anspannung, morgens aufstehen mit einer Anspannung. Ob das jetzt Schulangst ist, Prüfungsangst, Versagensangst ist, andere Stressoren, auch zum Beispiel Lärm, den wir manchmal gar nicht mehr wahrnehmen und trotzdem da ist, kann uns lange in so eine Situation bringen. Das heißt, der Körper kommt in die Disbalance. Und all das, was er tut für so einen kurzen Moment von Vokabeln lernen, ist möglich. Und wer das aber dann über Wochen und Monate macht, heißt, dann kommt der Körper in ein Ungleichgewicht. Ich kann nicht mehr gut schlafen. Ich kann nicht mehr entspannen. Essen und Trinken funktioniert nicht mehr richtig. Entweder von dem einen zu viel, von dem anderen zu wenig. Verdauen funktioniert nicht mehr richtig. Viele kennen das, wenn die lange, und da rede ich eher von Wochen oder Monaten, in unangenehmem Stress sind oder langanhaltendem Stress sind. So eine Wochenendgrippeninfektion. Die Woche über hält man durch und zum Wochenende Arbeit erledigt, fährt man runter und hat man so den kurzen 24 Stunden, 48 Stunden Grippe. Montag ist man wieder arbeitsfähig. Das kann so ein Indiz sein, dass der Körper sehr in der Disbalance ist. Das sind die körperlichen Bereiche. Wenn es unangenehm wird, ist auch was anderes, weil durch Stress der Körper festgehalten wird und das Spüren und das Fühlen weniger differenziert wird. Das heißt, ich fühle eher wenig, eher Unangenehmes, Lästiges. Ich kann mich schlechter regulieren. Ich fahre schneller aus der Haut. Ich bin häufiger wütend und ärgerlich. Und so was wie Freude, Antrieb, Lust und Leichtigkeit ist irgendwie, wann war das dann das letzte Mal? Dann denkt man sich dann, ja, irgendwie in der Vergangenheit vielleicht. Ja, das sind so Indizien. Ein Gefühl auch von Ohnmacht. Das ist auch ein Kennzeichen. Kinder und Jugendliche würden es vielleicht anders ausdrücken, aber zu sagen, ich sage es mal ein bisschen umgangssprachlich, aus der Nummer komme ich irgendwie nicht mehr raus. Wann soll das jemals aufhören? Ein Gefühl von Aussichtslosigkeit. Und plus dann, wenn sowas hinzukommt, psychisch vor allem, und auch nicht mehr schlafen können, dann kommen wir dann auch zu den stofflichen und nicht stofflichen Suchtverhaltenspotenzialen, die sich anschließen können. Das sind so Indizien, Beobachtungskriterien sicherlich für psychosberechtigte Personen. Also auch im Spielen, Spielen, Essen, Trinken, Alkohol, Drogen. Also da ist viel Platz für Vielfalt leider. Ja, das sind Indizien. Frau Warmut, wird in unseren Schulen genug über die Art und Weise des Lernens nachgedacht? Müssen Schülerinnen und Schüler das Lernen selbst nicht viel mehr lernen? Also ich muss jetzt mal doch für viele Schulen erstmal eine Lanze brechen, weil gerade jetzt auch bei dem Wechsel zur Oberstufe oder zur weiterführenden Schule ganz viel Methodentraining gemacht wird. Das ist aber nur ein Bereich. Viel wichtiger ist es, und da ist das Lerncoaching eben, weil es einen ganzheitlichen Blick hat und ressourcenorientiert ist. Es geht eben nicht nur darum, dass ich weiß, wie nutze ich Karteikarten, was ist die Spickzettelmethode oder wie fertige ich eine Mindmap richtig an, weil das sind nur Techniken. Und Steve DeChaser, der Vater der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie, der hat mal so schön gesagt, eine Technik ohne die richtige Haltung ist nicht mal eine Technik. Und das würde ich irgendwie zu 150 Prozent unterschreiben. Und es geht nicht nur darum, die Methoden zu kennen, sondern selbstgesteuert zu lernen, also seinen Prozess selber zu überwachen, innezuhalten, zu reflektieren, gegenzusteuern, zu evaluieren und sich selber sozusagen auf seinem Lernprozess zu überwachen und sich selber zu begleiten. Und dieses selbstgesteuerte Lernen, das ist so das, was wir mit unserem Lerncoaching eben erreichen wollen. Und deswegen gehen viele Schulen jetzt auch den Weg, dass sie Lerncoaching-Workshops anbieten oder dass sie eben ihr Lehrerteams zu Lerncoaches ausbieten, weil das ist eben dieser ganzheitliche Blick. Wie geht es mir? Habe ich schlechte Erfahrungen gemacht? Trage ich vielleicht einen Rucksack mit ganz vielen schlechten Lernerfahrungen aus der Grundschule schon mit mir rum? Dann gilt es, die erst mal aufzulösen, damit ich wieder in einen guten Zustand komme und meine Ressourcen voll nutzen kann und dann ja auch dann wirklich selbstgesteuert erfolgreich lernen kann. Frau Barke-Holzberger, Shake It ist nicht nur ein Lehrbuch, sondern eine konkrete Anleitung, die Voraussetzung für einen besseren Lernerfolg zu schaffen. Also eine Anleitung für Lehrer, aber auch für die Lehrenden, für Schüler und Studenten auch? Ja, für alle in diesem Bereich Lehren und Lernende in unterschiedlichen Rollen und Alters und Funktionen, weil es ist die Praxisanleitung, wieder lernen zu können. Und ich nehme nochmal das Stichwort von vorhin, das heißt in Beziehung treten. Das heißt, ich bin in der Lage, entweder dem Lehrer zuzuhören, in Beziehung zu treten. Kann ich das, was ich höre, aufnehmen, verarbeiten, integrieren und in Kontakt nehmen? Oder alleine lernen, dieses in Beziehung treten mit meiner Art von Informationsaufnahme, was Frau Warmut auch gerade gesagt hat, meine Techniken anwenden zu können, zu spüren, dass ich selbstwirksam bin. Also immer wieder kommt für mich dieses Stichwort hinzu, gerade beim Lernen. Und auch Lehrende, die gute Arbeit machen wollen und gut vermitteln wollen, haben Kriterien, wann bin ich wirksam? Und die müssen in Beziehung treten können zu ihren Menschen, die sie unterrichten, die sie ausbilden, ob das Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind. Da haben wir wieder dieses Gespür zu haben, bin ich wirksam? Und insofern, ja, es ist für alle Rollen in diesem pädagogischen Bereich sehr nützlich. Und alle, die das schätzen, man kann nichts falsch machen. Ich kann das immer nur noch wieder sagen, ich kann nichts falsch machen. Es ist einfach da, ja. Frau Warmut, warum ist es bei Ihren Lerninseln so wichtig, auch einiges über die Funktionen des Gehirns zu wissen? Sie vermitteln ja implizit, wie Lernen überhaupt zustande kommt. Ja, das ist die Frage nach dem Sinn. Wofür soll ich jetzt mein Lernen ändern? Warum soll ich das, was ich jetzt jahrelang gemacht habe, jetzt auf einmal verändern? Und wenn wir Menschen wissen, wofür das gut ist, wofür das sinnvoll ist, dann sind wir viel eher bereit, etwas zu verändern. Und wenn ich weiß, wie mein Kurzzeitgedächtnis, mein Langzeitgedächtnis, wie das alles zusammenhängt und warum es sinnvoll ist, dann einfach Dinge vielleicht anders zu machen. Ein bestes Beispiel ist zum Beispiel, mein Sohn ist auch so ein Kandidat, ich muss mir das nicht aufschreiben, Mama, ich kann mir das alles merken. Und dann sage ich, nee, kannst du nicht, weil dein Kurzzeitgedächtnis ist eben nur bedingt aufnahmefähig. Und wenn du dir merken musst, dass du nächste Woche einen Englisch-Test schreibst, dass du fünf Euro mitnehmen musst, dass du deine Sportsachen, dass ihr nächste Woche einen Ausflug macht, dass du ein Geburtstagsgeschenk besorgen musst, dass ihr dann Deutsch schreibt und, und, und. Und dann ist irgendwann die Kapazität erschöpft und irgendwas fliegt raus. Und was das ist, das weiß ich. Das kommt mir so bekannt vor. Ja, genau. Und deswegen ist so, auf einmal wird dann deutlich, vielleicht macht es Sinn, dass ich doch mein Hausaufgabenheft nutze. Und wenn man dann noch so ein paar Tipps und Tricks bekommt, wie man das noch effektiv nutzen kann, das Lernen dann viel schneller funktioniert und erfolgreicher wird, dann macht es auf einmal Sinn. Aber das kann ich nur verstehen, wenn ich weiß, wie die grauen Zellen da oben zwischen meinen Ohren funktionieren. Und deswegen ist auch bei gehirngerechten Lernen natürlich auch immer ein Exkurs sozusagen ins Gehirnwissen notwendig. Natürlich der Altersgruppe entsprechend aufgearbeitet. Frau Barke-Holzberger, ich habe auf die praktische Seite Ihres gemeinsamen Buches schon hingewiesen. Aber doch muss ich Sie mal fragen, haben Sie mit Schülern zusammen schon mal über das Zittern gesprochen? Wie waren deren Reaktionen? Also nicht nur gesprochen, sondern auch mit Schülern gezittert. Und die sind in erster Linie sehr heiter. Sehr heiter und sehr fröhlich. Manchmal auch still, manchmal überraschend. Und feuchtliche Situation im Nachmittagsbereich. Ich komme jetzt mal mit der biologischen Uhr einher. Also wenn auch junge Menschen so im Nachmittagstief sind, sich auch mal so eine halbe Stunde, die wir damals Zeit hatten in den verschiedenen Projekten, wo ich das gemacht habe, fanden die das klasse, einfach körperlich sich auszuruhen und dabei mit den Kumpels, die daneben auch so vor sich hin wackeln oder zittern. Man kann das am Rücken, wenn man auf dem Rücken liegt, machen oder im Stehen. Und die präferieren häufig das Lieden nachmittags, auch Schüler. Oder die waren, die eine Gruppe, denke ich dann, die waren so zwischen zwölf und dreizehn. Und die hatten, ich würde es mal laienhaft sagen oder umgangssprachig, die hatten Spaß. Ja, die hatten Spaß. Und gar nicht so sehr zum Fokus, jetzt muss ich lernen oder hinterher geht es besser weiter, sondern wir machen was Schüttes zusammen. Ich habe mit Sport, mit Jugendlichen aus dem Sportbereich, die im Sportinternat waren zum Beispiel, junge Männer gezittert. Und die waren sehr erschöpft und das hat sie sehr überrascht und aber auch angenehm erlebt, wenn sie hinterher fertig waren, dass es irgendwie wieder frisch weitergeht. Aber dass die auch mal erschöpft sind, so Jungs und Sportler, nachmittags, das war eine interessante Erfahrung, die sie aber sehr nützlich integrieren konnten, weil sie alle miteinander in der Gruppe gemacht haben. Frau Warmut, raten Sie, Ihren Schülern in den Lerninseln auch zu zittern? Ja, auf jeden Fall. Also das Zittern ist eine so schnell wirksame, effektive Möglichkeit, dass man das natürlich super dann auch individuell steuern kann. Wichtig ist mir dabei aber auch vor allem die Selbstwahrnehmung, weil dass ich das dann selbst wirksam umsetzen kann, muss ich erst mal wahrnehmen, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade? Und das ist ein schwieriger Punkt. Oft ist man dann wie so ein Hamster im Rad, dass man gar nicht merkt, dass eigentlich man over the point ist und eigentlich mal eine Pause bräuchte und eine Zittereinheit ganz gut täte. Und da ist das Lerncoaching eben auch ganz gut, dass man sich selber besser wahrnimmt und dann regulieren kann. Und ergänzen kann man das wunderbar mit Fantasiereisen, mit Meditationen, mit dem Bodyscan. Das sind ja nicht, dass das jetzt sich ausschließt, sondern das lässt sich wunderbar zusammen integrieren, dass man eine Runde zittert und ein Achtsamkeitstraining zum Beispiel verbindet. Sie sagen eine Runde Zittern. Frau Balke-Holzberger, was für einen Umfang nehmen die Zitterübungen ein? Regelmäßig ein paar Minuten, täglich, alle zwei Tage eine Stunde oder wie viel? Also lieber regelmäßiger und weniger als einmal die Woche viel und am Stück. Aber so ist es ja mit allen Sportarten oder mit allen Methoden. Lieber die Kontinuität bringt so die Veränderung und auch die spürbare. Um vielleicht mal praktisch zu erzählen, das sind so drei, vier, fünf gymnastische Vorübungen. Und eigentlich alle Menschen kennen die aus irgendwelchen Sportkontexten. Ob das Yoga ist, ob das Fischigymnastik ist oder ja, also es sind einzige gymnastische Übungen, die man im Stehen macht. So kann man drei, vier, fünf Minuten machen oder man hat ein eigenes Sportprogramm, was man schon gemacht hat. Dann braucht man keine Vorübungen. Und dann legt man sich auf den Rücken und beginnt. Da schreiben wir ja auch sehr ausführlich dazu, wie Frau Warmut und ich, wie man so selbstbestimmt dahin kommt. Und dass man dem Körper so eine Initialzündung gibt und zu sagen, so jetzt versuchen wir das mit dem Selbstbestimmten zu zittern. Und das kann ich 30 Sekunden machen, eine Minute lang machen, fünf Minuten. Das kann ich länger machen, weil der Körper hört eigentlich auch nie wirklich auf zu zittern. Das heißt, die Dosis kann ich selbst bestimmen. Und wenn ich einmal weiß, wie bringe ich den Körper in die Bewegung, kann ich das gerade, vielleicht wenn wir gerade in dem Bereich auch Pädagogik und Prüfungsangst sind, auch in ängstlichen Situationen nutzen zu sagen, Frau Warmut hat so ein schönes Beispiel geschrieben in dem Buch, sozusagen, wenn ich eh in einer Klausur stecke und es ist da oben blockiert, da kann ich auch auf einmal eine kurze Pause machen und rausgehen, weil ich produziere eh nichts mehr Nützliches, was in diesem Text zu schreiben ist. Dann kann ich eine kurze Pause machen, Notfall-SOS-Z-Übungen haben wir sie genannt, im geschützten Raum. Da ist manchmal in solchen Prüfungskontexten ganz pragmatisch die Toilette, die ich abschließen kann. Das kann ich im Stehen machen und mich mal für eine Minute an der Wand lehnen, wo ich geschützt bin und ein bisschen diese Spannung rausschütteln. Also, gerne regelmäßig, aber auch da verhält es sich wie mit allen Sportarten und anderen Methoden. Mag ich das gerne? Bin ich selbstwirksam? Tut mir das gut? Ist das nützlich für mich? Weil dann bleibe ich dabei. Es ist leicht und wenn ich verstehe, was ich da tue und macht das Spaß. Dann führe ich das fort. Wenn ich das Repertoire habe und ich habe Stress, dann kann ich es gezielt ansetzen. Das ist auszuprobieren. Man macht ja nichts falsch dabei. Frau Warmund, Sie geben noch ein weiteres Stichwort, nämlich zur Motivation. Was ist das eigentlich? Wer motiviert wen? Und am nachhaltigsten ist doch die Motivation, wenn sie vom Lernenden selbst ausgeht. Auf alle Fälle. Motivation ist, glaube ich, das häufigste Problem für oder die häufigste Ursache für Schulprobleme. Bin ich motiviert? Kommt aus dem Lateinischen movere, bewegen. Ich bewege mich auf ein Ziel zu. Und das ist dann schon das erste Problem, wenn ich kein wirkliches Ziel habe, was mich anzieht, wo ich hin möchte, wo ich begeistert bin, was ich attraktiv finde, dann wird es auch mit der Motivation schon ein bisschen schwieriger. Und dann unterscheiden wir zwischen extrinsisch und intrinsisch. Extrinsische Motivation ist im Prinzip, dass ich von außen belohnt oder bestraft werde, dass ich sozusagen in die Bewegung komme, um mein Ziel zu erreichen. Intrinsisch ist, es kommt von mir selber. Es kommt von innen heraus. Es ist mir wichtig und ich will sozusagen dieses Ziel erreichen. Es kann durchaus möglich sein, dass am Anfang so ein bisschen extrinsische Motivation sehr hilfreich ist, um den Startschuss zu geben. Ziel ist es aber immer und das ist... Den Schül auf die Schiene setzen. Ja, ja, sozusagen auf die... Erstmal so den Startschuss geben, aber dann wirklich zu begleiten, dass man aus sich heraus für sich lernt. Ja, das ist definitiv erfolgreicher und nachhaltiger. Ich sage jetzt zum Beispiel auch, wenn jetzt beim MSA hier oder beim Abitur muss man ja auch Präsentationen machen und dann geht es dann immer um die große Frage der Themenwahl. Ja, ich könnte ja das machen oder das, da habe ich schon was oder der macht das und das mag der Lehrer. Ich sage, nee, wofür brennst du? Was interessiert dich? Weil dann ist diese Flamme der Leidenschaft für dieses Thema da und das motiviert mich und das bringt dann auch letztendlich dann, dass man anfängt, dranbleibt und das Ganze beendet. Weil das ist Motivation. Anzufangen, dran zu bleiben und das Ganze zu beenden. Und wenn ich für ein Thema brenne, ist es deutlich leichter, als wenn ich mir ein Thema wähle, das mir von außen sozusagen aufgestülpt wird. Vielen Dank, Frau Warmut. Der Band Shake It, zitternd für den Lernerfolg von Frau Balke-Holzberger und von Frau Warmut ist gerade bei Klett-Kotter in der Fachbuchreihe erschienen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, um zu danken.